Der Grafiker und Kunstmaler Hans Ernie ist umstritten. Für die einen ist er ein wichtiger Vertreter der Schweizer Kunstszene, für die anderen bloß ein brillanter Techniker. Als ehemaliger Kommunist und Marxist wohnt und schafft er in einer Millionenvilla. Ein Widerspruch? Wie ist der Künstler und Mensch Hans Ernie einzustufen? Musik 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 Ecken bei Luzern im Atelier. Hans Ernie ist 75. In Luzern geboren, am 21. Februar 1909, ist Ernie heute einer der bekanntesten, einer der vielseitigsten und gewiss auch einer der umstrittensten Schweizer Künstler. Ein unermüdlicher Arbeiter, nach wie vor. Seine Handschrift ist unverwechselbar, welcher Technik er sich auch immer bedient. Aber die eigenwillige Bildsprache mit ihren vielschichtigen Überlagerungen von realistischen und abstrakten Formen bleibt immer verständlich und eingängig. Die Themen, die er aufgreift, haben Gewicht, denn er will Einfluss nehmen auf seine Umwelt, auf die Gesellschaft, in der er lebt. Dem Ungeordneten in der Welt soll neue Ordnung entgegengestellt werden. Ob Briefmarke oder Plakat, Wandbild oder Tapisserie, ob Bühnenbild oder Buchillustration, ob Malerei, Grafik oder Plastik, immer ist für Ernie formales Können nicht mehr und nicht weniger als Mittel zur Aussage. Musik 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 Vielen Dank. Seit 1957 lebt und arbeitet Hans Ernie in Ecken. Atelier und Wohnhaus hat er selbst entworfen. Die notwendigen Kenntnisse hat er sich in der Jugend als Geometerlehrling und Bauzeichner in einem Architekturbüro angeeignet. Der Standort hat Bedeutung. Mitten in einer geschichtsträchtigen Innerschweizer Landschaft von dramatischem Gepräge. Beherrschend das breite Massiv des Rigi, ihm gegenüber der kantige Felsbrocken des Pilatus und tief unten zwischen ihnen der unberechenbare Vierwaldstättersee und die Geburtsstadt Luzern. Das ist die Welt, in der der Künstler seine Wurzeln hat. Und immer wieder in seinem zeichnerischen und malerischen Schaffen hat er auf sie zurückgegriffen. Das erste Atelier, wo Ernie von 1927 an während 30 Jahren gearbeitet hat, lag mitten in Luzern am historischen Hirschenplatz. Schon bald wurde es zu einem Treffpunkt der Intellektuellen und Künstler. Max von Moos, Konrad Farner, Zao Wucki, Marino Marini, Werner Bischoff, Ben Nicholson, Barbara Hepworth, Wilhelm Furtwängler, Ernest Ancerne finden sich ein. Die Riga, erinnütte sich ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1942 malt er das Luzerner Wehr, Schwelle und Schnecke, der Titel des Werkes. 1944 Luzerns Regierungsgebäude bei der Jesuitenkirche und die hölzerne Kapellbrücke mit dem Wasserturm, Wahrzeichen seiner Stadt. Die Boots- und Schiffsstege am Seeufer stammen aus dem Jahre 1939. 1976 entsteht der Pilatus hat einen Degen. Drei realistisch dargestellte Bildinhalte treten irreal nebeneinander. Die Kirchen und Türme der fest in die Tradition eingebundenen Heimatstadt. Das Fragment eines Schädels, Symbol des Vergänglichen. Und über der wetterbedingten Wolkenwand der ewige Berg der Pilatus. Meine Eltern sind Teide bürlicher Herkunft vom Luzerner Land. Ich bin das dritte älteste von acht Geschwisterten, die alle im Grunde konnten auf eine Art zeichnen. Weil auch das Klima in der Familie, beim Vater, der Vater hat sehr gut zeichnet, das ist übergegangen auf eigentlich alle Kinder. Ich habe in Luzern die Grundschule besucht, habe eine kleine Zeit in der Kunstwerbschule verbracht, eine Vermässungslehre angefangen und eine Bauzeichnerlehrzeit fertig gemacht. Anschliessend kam eine Reise nach Paris, die eigentliche erste Studienreise, die fast ausschliesslich bestanden hat aus dem Studium der Museen und einen Aufenthalt in der Académie Julien in Paris. Dann kam eine Zwischenepoche mit dem Aufenthalt in Berlin, in der staatlichen Akademie, wo ich hervorragend alle technischen Aspekte vom Malen gelehrt habe können. Dann drückte ich nach Paris mit einer Beziehung zu einer grossen Zahl von Freunden, die mich langsam in eine Atmosphäre der Gegenwartskunst von damals eingeführt haben. Ich habe auch einen grossen Teil der Werke von Picasso und Braque lernen können, bin sehr hochgerissen gewesen von dieser kubistischen Welt. Ich habe mir ein Pseudonym zugelegt, François Gregg, im Sinne von einer Hommage an die französische und die griechische Kultur. Im Anschluss dieser Epoche kam ich dort zusammen mit Künstlern wie Kandinsky, Mondrian, Moore, Gelder, Klee, Ben Nicholson, Barbara Hepburn und Jean Hélion. Die haben mich eigentlich stark befruchtet in der Welt der abstrakten Kunst. Bei dieser Gruppe Abstraktion und Kreation beitritt, habe ich auch in Paris Ausstellungen gemacht. Und in noch einem Aufenthalt von nahezu zwei Jahren in London, habe ich bei der Rückkehr nach Luzern mit dem Dr. Konrad Pfarrner, in meinem Erksicht, sehr verständig in der Gegenwartskunst, eine Ausstellung arrangiert unter dem Titel These, Antithese, Synthese, die die meisten von den Künstlern, die ich hier aufgeführt habe, in einer Gegenüberstellung gezeigt hat. Es ist darum gegangen, die Idee der abstrakten Kunst, der surrealistischen, gegenüberzustellen und in einer Art einer Synthese auch einen Ausblick für Licht in gegenwärtige Kunstströmungen zu geben. Das ist der Weg zu den gegenwärtigen Ausdrucksmöglichkeiten, die in mir offen stehen. 1928 malt Ernie die Dächer von Paris. 1929 und 30 ist er in Berlin. Es entstehen Zeichnungen wie das Selbstbildnis im Wams und Bilder, die alle noch deutlich den Stempel der Kunstakademien tragen, die er besucht. Doch immer deutlicher wird die Auseinandersetzung mit den Strömungen der zeitgenössischen Kunst in seinen Arbeiten sichtbar. Kubistisch etwa mutet die Plastik aus dem Jahr 1932 an. Das Pseudonym François Gregg, mit dem er in jenen Tagen seine Werke signiert, ist Ausdruck seines Suchens nach dem eigenen Weg. Vom Drang nach reiner Ästhetik angetrieben, greift er neue Ausdrucksformen auf. Kubistisches wird abgelöst durch abstrakte Kompositionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Arbeiten werden jetzt nur noch mit Nummern bezeichnet. Aber schon 1935, Signal einer Wende, tauchen wieder beschreibende Titel auf. Der Inhalt wird wichtig. Das, was mit gestalterischen Mitteln ausgesagt werden soll, die Idee hinter der Form. Panterei, alles fließt. Aus dem Jahre 1935 ist ein Beispiel dafür. Ein Thema übrigens, das ihn immer wieder beschäftigen wird. Die Entdeckung des Linearen, jenes grafischen Merkmals, jeder Konstruktionszeichnung, jedes Plans, wird zu einem entscheidenden Faktor für die weitere künstlerische Entwicklung. Es entstehen Arbeiten, die als eigentliche Vorstufe der späteren malerischen Interpretationen zu sehen sind. Doch die Zeiten verdüstern sich. Der aufkeimende Faschismus mit seinem Gesinnungsterror weckt in Ernie neues revolutionäres Bewusstsein und den Willen, mit seinen Mitteln Stellung zu beziehen. Die abstrakte Ausdrucksweise scheint ihm da zu wenig tauglich. Er muss einen anderen Weg, eine andere Sprache finden. Unterdessen hat den in London weilenden Künstler ganz unverhofft einen Auftrag aus der Schweiz erreicht. Für die Landesausstellung 1939 in Zürich soll Ernie, der abstrakte Maler, als Werbung für den schweizerischen Tourismus, ein realistisches Wandbild gestalten. Die Schweiz, das Ferienland der Völker. Ernie fügt realistische Einzeldarstellungen, die sozusagen allgemein verständlichen Elemente seines Bildes, in eine Komposition ein, die geprägt ist vom Umgang mit den Gedanken und Formen abstrakter Kunst. Das gewaltige Werk, es ist 100 Meter lang und 5 Meter hoch, macht an der Lamm die Furore. Eine breite Öffentlichkeit wird auf den Künstler aufmerksam. Der Grundstein zu Ernis Popularität in der Schweiz ist gelegt. Der Grundstein Der Grundstein Der Grundstein Der Grundstein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Krieg, das schreckliche Morden, blindwütige, sinnlose Zerstörung. Unbeirrt glaubt Ernie an die Möglichkeit einer Zukunft, in der Friede und Gerechtigkeit herrschen. Symbolhaft drückt Eres aus, auf die Gestalten der griechischen Mythologie zurückgreifend. Der Minotaurus, die opferverschlingende Bestie, wird von Theseus, dem gerechten, vernunftbegabten Helden, besiegt. Er findet sich zu Recht im Labyrinth. Die Kraft des Geistes hebt die vermeintliche Allmacht des Terrors auf. Und der Dallus, der das Labyrinth erbaut hat und von König Minus gefangen gehalten wird, kann seine Freiheit nur durch eine neuerliche geistige Leistung wiedererlangen. Er konstruiert seine berühmten Flügel. Doch Icarus, der Sohn, fliegt in jugendlichem Übermut zu nahe an die Sonne heran und stürzt kläglich ab. Für Ernie ist das Problem heute lösbar. Erfindergeist und technisches Wissen ließen eigentlich die Befreiung des Menschen zu. Wir rechnen, planen, bauen. und machen die Wüste fruchtbar. Ernies Glaube an die Segnungen von Wissenschaft und Technik ist noch ungebrochen. Für ihn ist Fortschritt der Weg, der zu einer freien, klassenlosen, humanen Gesellschaft führt. AUGREPT UNTERTITELUNG Der Mensch, der die rohe Kraft der Natur zu zähmen und zu nutzen weiß, wird zu einem zentralen Thema seines Schaffens. Es entstehen jetzt Werke, in denen er sich selbst als Verfechter einer marxistisch orientierten Weltanschauung empfindet und das trägt ihm Ablehnung, ja sogar Feindschaft ein. Doch dann, 1956, die Ereignisse von Budapest und die Niederschlagung des ungarischen Aufstandes. Sein Weltbild gerät ins Wanken, die Vorbilder sind fragwürdig geworden und Erni beginnt auch am Sinn eines ungehemmten technischen Fortschrittes zu zweifeln. Eine entscheidende, vielleicht die wichtigste Phase seiner Entwicklung geht zu Ende. In einem 1967 aufgezeichneten Fernsehgespräch nimmt er zu dieser Zeitspanne Stellung. Zurück zu dieser Interpellation. Stimmt das? Sie wären Kommunist. Ich antworte Ihnen ebenso direkt, wie Sie mich fragen. Wäre ich nämlich das, dann wären Sie gar nicht hier. Das werden Sie doch bestätigen, Herr Oppenheim. Nicht wahr, es kommt sehr darauf an, was Sie eigentlich unter Kommunismus verstehen. Verstehen Sie unter Kommunismus eine philosophische Haltung? Verstehen Sie Sozialismus in gleicher konsequenter Weise angewendet, wie ein Christ, der ein Christ wäre, sein Christentum anwendet? Denn wenn Sie das so anwenden, dann würde ich sagen, dass seit meiner Jugend, nämlich meine christliche, katholische Herkunft, zur heutigen Entwicklung nicht ein sehr großer Schritt ist. Denn die Ziele, die im frühen Christentum sich verwirklichen hätten sollen und die Ziele, die sich in einem reinen Sozialismus wirklich verwirklichen würden, das wären Ziele, die uns zu einem Zustand, der paradiesisch sein könnte, führen könnten. Und das ist etwas, das kein Mensch, der guten Willens ist, negieren darf. Was alle Leute machen, nicht alle, aber eine Großzahl, sie verwechseln eine Ideologie, eine reine Ideologie mit einer Partei. Im Augenblick, wo Sie ja eine Ideologie einer Partei zum Opfer bringen, ist sie schon erledigt. Aber als Künstler müssen Sie, und das ist eine ganz große Selbstverständlichkeit, stets vor Augen ein reines Ziel haben. Ob das nun heute christlich sei oder ob es sozialistisch sei, das spielt eine untergeordnete Rolle. Denn alle Ideologien, alle Philosophien, ob sie nun links oder rechts nun im Volksmund apostrophiert sind, möchten doch ein Ziel erreichen, das menschenwürdig ist, nämlich die menschliche Gesellschaft eben menschenwürdig zu gestalten. Und ich glaube, über das hinaus brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Denn das wäre schon genügend, um ein Leben dafür einzusetzen. Ich bin weitgehend einverstanden mit allem, was ich da sage. Eine kleine Ausnahme. Ideologie ist etwas Festgefahreniges. Aber eine Idee, das würde ich noch minder verhalten, das Ganze im heutigen Sinn richtig stellen. Im Selbstbildnis-Tagebuch eines Urbanisten aus dem Jahre 1941 ist deutlich der drängende Wunsch ausgedrückt, aus einer erstarrten Gesellschaft auszubrechen. Pläne, Baugerüst, Werkzeug fordern geradezu Veränderung und Neuaufbau. Fast immer, wenn er sich selbst darstellt, setzt sich Ernie bildlich in Beziehung zu einer gedanklichen Thematik, auf die jeweils auch der Titel des Werkes hinweist. Gehilfe des Fliegers, Konstrukteur, Schulzeugnis. Sozusagen reine Porträts hingegen malt er vom Vater, von der Familie, den Kindern, von Freunden und Fremden. Ferne Länder, fremde Menschen und Kulturen werden bedeutsam. Ein längerer Aufenthalt in Italien 1953 wird zu einem äußerst fruchtbaren Erlebnis. Die Reisebilder nehmen von nun an in seinem Schaffen einen wichtigen Platz ein. Ein längerer Aufenthalt in Italien Das Reise ist mir von jeher eine Freude gewesen. Aber richtig Reise habe ich erst gelernt mit Professor Gabu, Direktor des Ethnographischen Museums in Neuenburg. Nach Maritanien vorerst, Senegal, Guinea. Die Aufzeichnungen für einen Ethnographen haben mich geliebt zu beobachten im Sinn der geschichtlichen Kenntnis, von den handwerklichen Gegebenheiten, von religiösen Habitus. All das hilft erst, Land und Volk kennenzulernen und einzugehen und selber sich bereichern an all dem, was man sieht. Das Ganze ist nicht eine museale Zusammensammlung, sondern es sind Gegenstände verschiedenster Art. Man hat eine alte Tabak-Schneidmaschine. Das ist von meinem Vater. Gleichzeitig aber die indischen Gegenstände. Die Spielkarte von Indien. Hinweise auf das Tierreich. Denn zum Beispiel der Schmuck der Tlaräge. Was das einem zum Ausdruck bringt, dass Frauen sich so behangen und ihren ganzen Reichtum sichtbar machen. Ich habe unzählige Gegenstände aus diesen allen Zonen mitgenommen, die auch heute immer erneut anregend sind für neue Arbeiten. Die Reisen mit Jean Gabu, dem Ethnologen, erreichen Ernies Arbeit in hohem Maße. Die Anregungen durch den Freund und Wissenschaftler, wie die unmittelbaren Reiseerlebnisse, fließen in ein immer umfangreicheres Werk ein, das noch heute ständig wächst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ernie ist ein wirklicher Kenner des grafischen Handwerks. Kaum eine Technik, die er nicht beherrscht. In seiner langen Künstlerlaufbahn hat er in mancher Werkstatt gearbeitet. Eine kaum überblickbare Zahl von Radierungen und Lithographien ist entstanden. Auch Bücher hat er illustriert. Gegen 150. Viele davon als bibliophile Ausgaben mit Originalkrafiken. Eine beachtliche Produktion. Sie macht deutlich, wie wichtig es ihm ist, mit seiner Kunst möglichst viele Menschen anzusprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herr Erni, können Sie mir nach der Fahrt noch sagen? Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb, dass es auch nur gerade noch die Struktur darauf sichtbar ist. Und hier würde ich vielleicht intensiver von diesem Gelb in ein Gelb-Grau, das fast grünlich würde. Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb-Grau. Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb-Grau. Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb-Grau. Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb-Grau. Ich würde mal hier versuchen, mit einem hellen, ganz hellen Gelb-Grau. Vielen Dank. Wir haben einen richtig gehenden Goldocker. Ein richtiges Goldocker drin. Das Blau... Dass nur noch das Blau vorne kommt, das ja schon da ist. Das ist da drinnen. Die sind nämlich gründlicher als dieser. Der zweite. Dann würde ich einmal mit dem oben die Farbe hier nachgehen. Das ist schwarz drinnen. Und unten das Goldocker. Der Toro draufgelegen. Auf einem hellen Goldocker. Das auch deckende Kraft hat. Der Toro draufgelegen, den Tomlin drängert. Littografie machte mir genau die gleiche Freude wie ein Landbild. Ich kann keinen Unterschied machen. Die Investition vom Menschen in die Arbeit ist genau dasselbe. Aber die Littografie hat noch etwas anderes, nämlich es ist nicht nur ein Original, das übrig bleibt, sondern es sind vielleicht 150 Original, die verteilt sind und damit auch viel eher käuflich sind. Es ist also nicht mehr in diesem Sinn die Sache eines Privileges, ein Original zu haben. Es ist ein Original, aber es ist ein Original, das vielen zugänglich ist. Vielen Dank. Ich sehe schon die richtige Tonalität. Das sieht oben und unten. Ich glaube, wenn meine Hände da sind. Doch, ich glaube, das ist er. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ein noch breiteres Publikum erreicht Ernie mit seinen Plakaten. Gegen 200 Entwürfe hat er geschaffen. Viele davon gelten als Höhepunkte schweizerischer Plakatkunst. Auch hier, hier ganz besonders, will er Stellung beziehen. Öffentlich wirken. Denkanstöße vermitteln. 2 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 15 erarbeitet oder eine winzige Briefmarke entwirft. Naturschutz, Wissenschaft und Technik, Sport, bedeutende Menschen, Soziales sind die Themen, mit denen er sich hier beschäftigt. Im Rahmen eines Wettbewerbs der Nationalbank entstand zwischen 1940 und 45 eine Banknotenserie, die wohl gedruckt, nie aber ausgeliefert wurde. Ein Parlamentarier hatte im Nationalrat den als revolutionär verschrieenen Künstler angegriffen, mit Erfolg. Auch in der Welt des Theaters sah Erni eine reizvolle gestalterische Aufgabe. Zwischen 1946 und 1963 hat er Bühnenbilder und Kostüme für Werke von Honecker, Mozart, Stravinsky und Kälteborn entworfen. Mit dem Wandbild befasst sich der Künstler seit 1935. 1954 arbeitete er an einem Monumentalfresko für das ethnografische Museum Neuenburg. In Die Entwicklung der Menschheit versucht er erstmals, sein eigenes Geschichtsbild sichtbar zu machen. Von der Höhlenmalerei bis zum Atommodell spannt er den Bogen seiner Darstellung, in der sich bereits deutlich die typische Überlagerung und Durchdringung der thematischen Elemente abzeichnet. Wandbilder von Erni, man findet sie in Brüssel und Basel, in Genf, Bruck, Bern und Montreal. 1971 gestaltet er für die Talstation der Luftseilbahn von Verbier ein großes Relief mit dem Titel Urnatur und Menschenwerk. Aus schwarz und weiß eloxierten Aluminiumteilen zusammengefügt ist das Pferdegespann des Meeresgottes, im Wandbild Poseidon des Luzerner Hallenbades. Untertitelung 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 des Luzerner Hallenbades. Neben den großen, arbeitsintensiven Werken entstehen laufend kleinere, stillere Bilder. Ein Ereignis oder ein Gedanke, ein Auftrag oder einfach ein Objekt, das ihn fasziniert, sind Anstoß für das gestalterische Tun. Immer wieder das vielschichtige Neben- und Ineinander einzelner Bildinhalte, auch aber konzentrierte Aufmerksamkeit für lebende und tote Natur, Beschränkung auf den Gegenstand der Beobachtung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Skulptur. Schon früh setzt sich Erni damit auseinander. Erhalten ist heute noch, was seit 1965 entstand. Viele Kleinplastiken, aber auch einzelne größere Formate. Oft werden in diesen Werken die menschlichen Gestalten in Beziehung zu einer imaginären technischen Umwelt gesetzt. Wie ist es? Sie müssen in diesem Werken die Musik-iously gehydraten. Die Musik-待fenden Jugendte, der Skulptur ist in der Tat der Tat der Tatger. Wie ist es? Wystem der Tatier-Tut-Tut. Und in der Tat-Etat. Sie müssen in der Tat-Etat-Tut. Untertitelung des ZDF, 2020 Föhn heißt die große Galleonsfigur für das Motorschiff Gotthard. Es ist auch eine Hommage an den Vater, der auf einem Vierwaldstätterseedampfer als Maschinist arbeitete. Ein zweiter Abguss der 1970 geschaffenen Skulptur steht neben einem Biotop auf dem Gelände des Hans-Erni-Hauses, seines Museums im Verkehrshaus Luzern. Am 15. September 1979 wird das vom Genfer Architekten Jean-Marie Ellen Berger entworfene Gebäude von Bundespräsident Hans Führlemann eingeweiht. Über 300 Bilder und eine Vielzahl von Zeichnungen sind hier ausgestellt. Ein Querschnitt durch die Gesamtheit des so vielgestaltigen Werkes, ein Einblick auch in das Charakteristische dieser künstlerischen Gestaltungsweise. Erni selbst sieht in dem Haus nicht bloß das Museum. Für ihn ist es in erster Linie Ort der Begegnung, des Gesprächs. Im Auditorium, wo sich die unterschiedlichsten Gruppen und Vereinigungen zu Sitzungen, Vorträgen, Versammlungen treffen, ist dieses sein Anliegen verwirklicht. Wir befinden uns hier im Auditorium vom Haus meiner Stiftung. Es ist innerhalb des Areals des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern. Auf dieser Freske, die Sie hier an der Wände sehen, habe ich versucht, diese Welt darzustellen, diese abendländische Geisteswelt, die meine ist gesehen und die mir geholfen hat die Formen. Man kann also jederzeit anstelle von diesen Figuren andere Figuren, jeder seine eigene Figuren setzen. Es ändert nichts am Ablauf von dieser ganzen Freske. Die beginnt mit Prometheus, mit dem Wurf vom Mönch in die Realität, zeigt die frühesten Wissenschaftler, die Auseinandersetzung der Antiken, dann das Mittelalter mit den Kirchenvätern, es geht über die Renaissance, es zeigt die entscheidende Figuren der Renaissance, über das Zeitalter der Erleuchtung, kommen die Figur nach Figur bis zur Gegenwart, in der von Darwin, Marx über Freud bis zu Einstein ein Blick ins heutige Leben, da wird. Es ist ein Ablauf, der der Ablauf, der geschichtliche Ablauf, in meinem eigenen Inneren Wesen weitgehend darstellt. Das grosse Interesse für die Wissenschaft, die Verehrung für jene, die wesentlich die Entwicklung der Menschheit mitgeprägt haben, ist immer wieder sichtbar geworden. Das Bild von Einstein ist ein Beispiel dafür. Oder Nass von Marconi, dem Erfinder der drahtlosen Telegraphie. Auch das Porträt des Biologen Georges Dessier. Bezeichnend die Fähigkeit des Malers, komplexe, wissenschaftliche und technische Inhalte bildlich umzusetzen. Mit sparsamsten gestalterischen Mitteln, mit einigen wenigen Zeichen und Schiffern, gelingt es ihm, wie etwa im Porträt Darwins, den Forscher in seiner ganzen Bedeutung darzustellen. Zeichen aus der Welt der Technik, mathematische Symbole, Schemata von Schaltungen und Strukturen, sie verbinden sich mit der Darstellung von Mensch und Natur zu einer einzigen malerischen Aussage. Alles, was man sieht, was man berührt, möchte man ergründen, möchte wissen, mit was man es zu tun hat. So kommt man ganz automatisch, auch als Maler, zu der Frage, was hat ein Ding für eine Struktur, man versucht, zum Beispiel, eine Kristallstruktur, Cholesterin, in der Art, wie das zusammengesetzt ist, zu ergründen. Man sucht dynamisch, wie eine Sache sich bewegt, in der Realität, man sieht langsam Identitäten, wie beispielsweise ein Fisch, ein Fisch, das hydrodynamisch eine wunderbare Form hat, mit ungleichen Längen in der oberen Zone, wie gegenüber dem unteren Teil. Dann auch ein Weberschiff, das eine ganz andere Funktion erfüllt und doch ähnliche Formen hat, die sich ergeben haben, aufgrund der Arbeit, der Benutzung. Dann auch der Vergleich von der Hydrodynamik mit der Aerodynamik, das ist ein Gebiet, das mich besonders interessiert hat, weil hier eine Identität besteht, die sich ganz klar in der Form ausdrückt. Denn auch hier, in der Aerodynamik, ist ja die Verschiedenheit von der Form und von der Längen von der Form oben oder unten hat einen Bezug mit dem Auftrieb. Es ist im Moment auch wichtig zu merken, dass von der Mechanik, die da sichtbar ist, in einem Turmuhrwerk, dass das übergeht in Schaltungen, in die Elektronik, dass eines Tages solche Geräte überhaupt nur noch historische Bedeutung haben. wenn heute in den Schaltungen fast nichts mehr sichtbar ist, aber die Schaltungen übernehmen die Funktion, die ursprünglich riesige Zahnräder getragen haben. All das müsste spürbar in der heutigen Kunst dargestellt sein können. Ein neues, ganz der Zeit entsprechendes Bildelement wird bedeutsam. Der Schaltkreis. Zwischen Pilatus und Schädel dehnt sich die als Schaltung strukturierte Landschaft aus. Die Welt, in der der Mensch sich heute bewegt. Noch einmal weisen Zirkel, Dreieck und Kurvenlineal auf die notwendige und mögliche Veränderung hin. Der mächtige Fels, der Pilatus, tritt wieder dominierend in den Gesichtskreis des Künstlers. Wie überhaupt die heimatliche Umgebung. Die ungebrochene wilde Kraft der Natur gibt manchmal überraschend ihr Geheimnispreis. 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 Sollte Noch immer ist der 75-jährige unablässig tätig, aufmerksam auch für all das, was scheinbar zufällig sich ereignet. Ich glaube, die Zeitungen drauflegen, wenn du die Fahrt drauf hast, dann ist das nicht so gut. Dann müsste ich mir dort den Ocken ein bisschen gut machen. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist möglich, dass aus diesen Köpfen heraus etwas kommt, das vielleicht sinnvoll wird. Aber jetzt noch eigentlich erst für mich eine formale Andeutung ist, wo ich nämlich den Berg erkenne, die Idee von dem Ich bin der Fisch, weisst du, das rein geologisch Gegebene. Vielleicht wird draus etwas vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich glaube, ich muss vorläufig noch wachsachen. Ich bin der Fisch. Ich bin der Fisch. Ich bin der Fisch. Okay. Ich bin der Fisch. 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 Ich bin der Fisch.